In diesem Tutorial werden wir uns einige wichtige Eigenschaften ganznationaler Funktionen anschauen. Für den Anfang sollten wir vielleicht klären, was euch hier erwartet. Naja, in erster Reihe ein paar grundlegende Eigenschaften zu dem allgemeinen Kurvenverlauf dieser Funktionen. Und es werden auch solche Begriffe wie Definitions- und Wertebereich geklärt. Und danach unser Hauptthema, Verschiebung, Streckung und Spiegelung. In erster Reihe muss man natürlich in der Lage sein, ganznationale Funktionen zu erkennen. Und dafür gibt es ein sehr einfaches Merkmal. Und zwar, ganznationale Funktionen besitzen nur positive und ganze Exponenten oder Hochzahlen. Also nur natürliche Zahlen. Und die 0 kann auch vorkommen. Deshalb, zu besserem Verständnis, schauen wir uns hier vier Funktionen. Alle dieser vier Funktionen sind ganznational. Und wir versuchen das anhand des Exponenten herauszufinden. Bei der ersten Funktion haben wir x hoch 3. 3 ist eine positive ganze Hochzahl. Und bei der 9 interessiert uns nicht die Hochzahl oder der Exponent von 9, das wäre nämlich 9 hoch 1, sondern die von x. Hinter der alleinstehenden 9 steht eine unsichtbare x hoch 0. Unsichtbar, weil x hoch 0 natürlich 1 ist. Und deshalb schreibt man sie nicht mehr hin. Aber die existiert. Bei unserer zweiten Funktion, wenn wir die Exponenten anschauen, hoch 7, alles in Ordnung. Dann hoch 3 und bei der letzten hoch 1. Also trifft auch zu. Bei der dritten Funktion hoch 3, hoch 1 und wieder hier x hoch 0 hinten. Also die 0 passt auch. Und die letzte Funktion ist eigentlich eine Geradengleichung. Aber auch Geraden gehören zu dieser ganznationalen Funktion. Und auch hier haben wir hoch 1 und eine unsichtbare x hoch 0 hinten. Diese Funktion dagegen ist nicht mehr ganz rational. Und wir wollen auch nachvollziehen, wieso. Also wenn wir uns diesen Funktionsterm ein bisschen genauer anschauen. Beim ersten Teil 2x hoch 4, passt alles. Hoch 4, alles gut. Aber beim zweiten Term befindet sich das x hoch 5 unter dem Bruststrich. Zur Erinnerung, man kann das auch umformen. Dann sieht man es eigentlich besser. Also den ersten Term schreibe ich ab. Und bei den zweiten ziehe ich das x hoch 5 nach oben. Dann wird es zu einer x hoch minus 5. Also, wir haben hier eine negative Hochzahl. Das macht alles kaputt. Übrigens, diese Funktion wäre eine gebrochenrationale Funktion. Aber das ist jetzt nicht wirklich von Bedeutung. Eine weitere Funktion, die nicht ganz rational ist, ist eine Wurzelfunktion. Zur Erinnerung, auch dieser Term kann man umschreiben. Beziehungsweise die Wurzel kann man umschreiben. als minus 1,5 mal x hoch 1,5. Für den Fall, dass ihr vergessen habt, wieso die Wurzel eigentlich eine rationale oder eine Bruchhochzahl ist. Kurze Erinnerung. Die Hochzahl von x ist 1. Und der Grad dieser Wurzel, das ist die quadratische Wurzel, ist natürlich 2. Das ist eine unsichtbare 2, die immer hier ist bei einer normalen Wurzel. Daraus bildet man sozusagen diesen Bruch hier als Hochzahl. Und das ist keine ganze Zahl. Deshalb ist diese Funktion auch nicht ganz rational. Die nächste Funktion. Der erste Term wäre okay, x hoch 3. Allerdings haben wir hier hinten eine Exponentialfunktion. Die erkennt man an der Tatsache, dass x oben im Exponenten steht, in der Hochzahl. Und die ist natürlich ebenfalls nicht ganz rational. Und was offensichtlich ist, trigonometrische Funktionen, also Sinus- und Kosinusfunktionen, sind ebenfalls keine ganz rationale Funktion. Da wir jetzt diese ganz rationale Funktion erkennen können, schauen wir uns ein paar grundlegende Eigenschaften. Grundsätzlich kann man diese ganz rationale Funktion in zwei Typen unterteilen. Ich fange jetzt mit einer der einfachsten Funktionen, die ihr je kennengelernt habt. Und zwar, das ist das grobe Schaubild der x hoch 2 Funktion. Und über die x hoch 2 Funktion könnte man sagen, dass sie von 2. im ersten Quadranten des Koordinatsystems verläuft. Kurz zur Erklärung. Jeder Koordinatensystem ist aufgeteilt in vier Quadranten. Der erste Quadrant wäre hier an dieser Stelle. Ich bezeichne es mit römisch 1. Und dann gehen wir gegen der Uhrzeigersinn. Das bedeutet, der zweite ist hier. Dritter Quadrant wäre hier. Und vierter Quadrant wäre dann hier. Also das sind die vier Quadranten oder auch Felder genannt des Koordinatensystems. Und ich hoffe, ihr könnt nachvollziehen, von links nach rechts gesehen, dass diese Funktion von zweiten ersten Quadranten verläuft. So, dann wäre es interessant herauszufinden, wie eine x hoch 3 Funktion verläuft. Und zwar so wie rechts abgebildet. Also die verläuft vom dritten im ersten Quadranten dann. Gut, die nächste Funktion, die wir nehmen können, ist natürlich eine x hoch 4. Sie würde so ähnlich wie die x hoch 2 Funktion verlaufen. Nur, dass sie unten im Ursprung ein bisschen flacher aussieht. Aber am grundsätzlichen Verlauf ändert sich gar nichts. So, nach x hoch 4 kommt die x hoch 5. x hoch 5 wird dann so ähnlich wie die x hoch 3 Funktion aussehen. Nur, dass sie beim Ursprung auch ein bisschen flacher als die x hoch 3 Funktion ist. Als nächstes natürlich x hoch 6. Das ordnen wir wieder auf der linken Seite. Also noch flacher beim Ursprung, aber grob im gleichen Verlauf. Und beispielsweise x hoch 7 wäre wieder auf der rechten Seite. Und wäre ebenfalls noch flacher beim Koordinatenursprung, aber trotzdem ähnlicher Verlauf wie die anderen zwei. Also, wie ihr kennt, kann man grundsätzlich dieser ganzstationale Funktion zwei Typen unterteilen. Einmal, wenn der Exponent gerade ist, so wie auf der linken Seite. Und einmal, wenn der Exponent ungerade ist, so wie auf der rechten Seite. Kleine Bemerkung an dieser Stelle. Wie wir gleich sehen werden, auch wenn diese Funktionen komplexer oder komplizierter werden, wird sich an diesem Verlauf eigentlich kaum was ändern. Außer, sie sind an der x-Achse gespiegelt. Aber das ist eine Eigenschaft, die wir uns in der nächsten Minute noch genauer anschauen werden. Zwei weitere grundlegende Eigenschaften, die man hier an dieser Stelle noch erwähnen könnte, sind Definitions- und Wertebereich oder Definition und Wertemenge. Zur Erinnerung, der Definitionsbereich legt immer die x-Werte fest, die in der Funktionsgleichung erlaubt sind. Und die Wertemenge immer die y-Werte. Also, schauen wir auf der linken Seite. Wenn wir jetzt auf der x-Achse Einschränkungen suchen, finden wir keine. Diese Funktionen breiten sich auf der x-Achse von Minus bis Plus unendlich. Das bedeutet, der Definitionsbereich wäre einfach d gleich r, so wie unten links eingeblendet. r, die Menge der realen Zahlen, das bedeutet, alle Zahlen kommen für x in Frage. Umso interessanter ist allerdings auf der linken Seite der Wertebereich. Wenn ihr die Funktionen genauer anschaut, fangen sie auf der y-Achse bei 0 an. Und dann gehen sie natürlich nach oben in Richtung unendlich. Deshalb könnte man den Wertebereich als ein Intervall von 0 bis unendlich schreiben. Bei 0 natürlich eckige Klammer, nach innen geschlossen, weil das bedeutet, dass die 0 dazu gehört. Klar, die Funktionen starten hier bei 0. Und bei unendlich haben wir immer einen offenen Intervall. Das kann man entweder mit einer runden Klammer angeben oder mit einer nach außen gedrehte, eckigen Klammer. Bedeutet einfach das Gleiche. Nimmt an dieser Stelle einfach das, was ihr aus dem Unterricht kennt. Auf der rechten Seite, bei den ungeraden Funktionen, haben wir ebenfalls einen Definitionsbereich von Minus bis Plus Unendlich, also d gleich r. Allerdings ist hier auch der Wertebereich genau gleich. Also der Wertebereich geht auch von Minus bis Plus Unendlich. Das könnt ihr auch ganz einfach erkennen. Diese Funktionen kann man verlängern ins Minus Unendliche auf der linken Seite und ins Plus Unendliche auf der rechten Seite. Wir bleiben noch ein paar Sekunden bei dieser grundlegenden Eigenschaften und jetzt wollen wir hier ein bisschen komplexere Funktionen anschauen. Wie zum Beispiel die hier. Wenn ihr euch diesen Funktionsterm genauer anschaut, das ist eine XO4-Funktion. Also die höchste Potenz legt immer den sogenannten Gerade-Funktion ab. Das ist eine ganz rationale Funktion vierten Grades, nennt man das. Und wenn wir uns jetzt den groben Verlauf dieser Kurve anschauen, dann wird es so aussehen. Klar, deutlich anders als die normale XO4-Funktion. Allerdings, eine Eigenschaft ist gleich. Und zwar, die Kurve fängt immer noch im zweiten Quadranten hier und endet im ersten. Unabhängig davon, was hier in der Mitte passiert. Also, schlussfolgend können wir sagen, dass diese Funktionen ihren Anfangs- und Endverlauf beibehalten, wenn der höchste Exponent gerade ist. Und natürlich wird diese Eigenschaft auch bei den ungeradenen Funktionen zutreffen. Also, wir haben hier eine XO3-Funktion an dieser Stelle. Und der grobe Verlauf der Kurve sieht dann so aus. Ihr könnt auch hier problemlos erkennen, dass die Funktion im dritten Quadranten anfängt und im ersten endet. Also, genauso wie die normale XO3-Funktion. Und jetzt kommen wir zu unseren Haupteigenschaften, und zwar Verschiebung, Streckung, Spiegelung. Kleinen Hinweis von vornherein. Wir werden uns erstmal diese Eigenschaften anhand von Schaubildern anschauen und versuchen nachzuvollziehen. Und dann am Ende gibt es eine Zusammenfassung anhand eines allgemeinen Funktionsterms. Und wir fangen mit der Verschiebung in Y-Richtung an. Und zur Orientierung habe ich hier die XO2-Funktion gewählt. Kurze Erklärung, ich könnte natürlich jede andere ganz nationale Funktion nehmen, egal welchen Grad ist. Allerdings ist diese Funktion am besten bekannt und man kann auch diese Veränderung sehr gut erkennen. Deshalb habe ich mich für diese hier entschieden. Und diese Funktion wollen wir in erster Reihe zum Beispiel nach oben verschieben. Und zwar um eine Einheit. Ich denke mir, dass das Schaubild klar ist, wie es gemeint ist. Und der Funktionsterm ändert sich, indem man einfach hinter der Funktion eine 1 dazu addiert. Damit verschiebt man das Schaubild um eine Einheit nach oben. So, alternativ könnten wir natürlich auch diese XO2-Funktion um eine Einheit nach unten verschieben. Dann steht hinten natürlich eine minus 1. Als nächstes schauen wir uns die Verschiebung in X-Richtung oder auf der X-Achse. Und orientieren uns wieder an unserer XO2-Funktion. Und die möchten wir jetzt um eine Einheit nach rechts verschieben. Dass das Schaubild so aussieht, ist glaube ich klar. Funktionsterm wahrscheinlich nicht. Also schauen wir uns ein bisschen genauer dieser Funktionsterm an. Beziehungsweise ich blende ihn auch auf der linken Seite ein. Und zwar, was vielleicht nicht auf Anhieb einleuchtet, ist die Tatsache, dass hier X-1 steht, wenn wir in positiver X-Richtung verschieben. Ja, das ist seltsam, aber der Grund dafür erfahrt ihr erst am Ende, wenn wir uns den allgemeinen Funktionsterm anschauen. Deshalb an dieser Stelle bitte akzeptieren. Die Erklärung kommt noch. Alternativ können wir natürlich diese XO2-Funktion auch um eine Einheit nach links verschieben. Entsprechend sieht der Term dann so aus, entweder wir haben Schaubild eingeblendet oder hier links. Also da steht in dieser Klammer X plus 1, wenn wir in die negative X-Richtung verschieben. Die nächste Eigenschaft ist die Streckung in Y-Richtung. Und wir orientieren uns natürlich wieder an unserer Funktion. Die Streckung in Y-Richtung hat immer mit dem Vorfaktor vor der Funktion zu tun. Das heißt, zum Beispiel bei der normalen XO2-Funktion steht als Vorfaktor eine unsichtbare 1. Deshalb bezeichnet man das auch üblicherweise als Normalparabel. Jetzt stellt sich nur die Frage, wenn wir zum Beispiel eine Funktion haben möchten, die ein bisschen schmaler ist als unsere Normalparabel. Was für eine Art von Faktor kann man davor setzen? Also eine Zahl, die größer als 1 ist oder eine Zahl, die kleiner als 1 ist? Die Antwort ist eine Zahl, die größer als 1 ist. Der Grund dafür ist ganz einfach. Wenn die Parabel schmaler wird, so wie hier, dann verdoppelt sich jede Y-Koordinate. Um jede Y-Koordinate zu verdoppeln, müssen wir die ganze Funktion mal 2 nehmen. Und wenn wir die Funktion jetzt ein bisschen flacher machen wollen, zum Beispiel so, dann müssen wir natürlich ein Faktor wählen, das zwischen 0 und 1 ist. Zum Beispiel, wie hier abgebildet, 1 halb. In diesem Fall nennt man diese Art von Streckung auch Stauchung. Die nächste Eigenschaft ist die Spiegelung an der x-Achse. Also wir nehmen unser Parabel oder Normalparabel und wollen sie an der x-Achse spiegeln. Dann wird sie so aussehen wie die rote Kurve hier auf der rechten Seite. Und das erzielt man, indem man einfach vor der ganzen Funktion ein Minuszeichen setzt. In diesem Fall vor der x-Achse 2. Also lautet die gespiegelte Parabel minus x². Die vier Eigenschaften, die wir gerade angeschaut haben, sind eigentlich die einzigen Eigenschaften, die zählen für diese Funktion oder die von Bedeutung sind. Allerdings gibt es noch jetzt als sozusagen extra Wurscht vor der Zusammenfassung noch zwei Eigenschaften, die Streckung x-Richtung und die Spiegelung an der y-Achse, die ich kurz erklären möchte. Beziehungsweise erklären möchte, wieso diese Eigenschaften nicht wichtig sind für diese Funktion. Also, für Interessierte jetzt die Streckung x-Richtung, beziehungsweise ob sie überhaupt Sinn macht. Dafür nehmen wir wieder unser Parabel zur Orientierung. Und wenn ihr auf der linken Seite schaut, dann seht ihr hier ein Funktionsterm, das in x-Richtung gestreckt ist. Also, die Veränderung tritt jetzt beim x auf. Und deshalb haben wir hier 2 mal x in Klammer hoch 2. Allerdings, wenn wir ein Potenzgesetz aus der 8. Klasse anwenden, und zwar der, der uns hilft, diese Klammer aufzulösen, dann können wir auch die Klammer auflösen. Wir haben dann 2 hoch 2, das sind dann 4. Und x hoch 2 ist natürlich x hoch 2. Also, die Klammer aufgelöst, sieht dann so aus. Und wenn wir uns diesen Term anschauen, sieht er eigentlich, sieht es wie eine Streckung y-Richtung aus. Und genau das ist der Punkt. Aus jeder Streckung x-Richtung kann man eine alternative Streckung y-Richtung machen. Deshalb macht es keinen Sinn, dass man die Streckung x-Richtung hier bei dieser Funktion betrachtet. Übrigens, die 4x²-Funktion würde dann, so wie rechts eingeblendet, ungefähr so aussehen. Also eine Funktion, die eigentlich in y-Richtung gestreckt ist. Noch sinnloser ist, es zu versuchen, eine solche Funktion an der y-Achse zu spiegeln. Schauen wir uns an, wieso. Also, hier ist unsere x hoch 2-Funktion. Und wenn wir sie jetzt an der y-Achse spiegeln, dann wird sie am Ende genauso wie am Anfang aussehen. Also, die rote Kurve sieht eigentlich wie die grüne vorher aus. Das kann man sehr einfach auch am Funktionsterm nachvollziehen, wie ihr auf der linken Seite sehen könnt. Also, so würde der Funktionsterm aussehen, wenn er gespiegelt ist an der y-Achse. Man tut einfach ein Minuszeichen vor dem x. Aber wenn man hier anhand einer Potenzregel die Klammer auflöst, also man hat vor diesem x eigentlich eine unsichtbare minus 1. Wenn man die quadriert, dann wird sie wieder zu plus 1. Also, das Ergebnis ist dann entsprechend x². Das ist auch der rechnerische Beweis, dass sich hier gar nichts verändert. Und auch wenn man jetzt eine ungerade Funktion hat wie x hoch 3, sieht es trotzdem nicht anders aus. Weil, wenn wir hier versuchen, diese x hoch 3 Funktion an der y-Achse zu spiegeln, dann können wir auch hier die Klammer auflösen. Die minus 1 hoch 3 genommen bleibt in der minus 1. Also, am Ende hätten wir dann minus x hoch 3. Aber ihr merkt, dieser Term ist identisch mit einer Spiegelung an der x-Achse. Also, wenn ihr versucht, diese Terme jetzt an der y-Achse zu spiegeln, habt ihr den gleichen Effekt, als würdet ihr an der x-Achse spiegeln. Also, es reicht aus, wenn wir uns nur die Spiegelung an der x-Achse anschauen. Und jetzt ist die Zeit gekommen, die wichtigsten Sachen zusammenzufassen, die wir bis jetzt angeschaut haben. Und zwar anhand eines allgemeinen Funktionsterms, so wie hier dargestellt. Also, diese Eigenschaften oder die wichtigsten Eigenschaften, die wir angeschaut haben, sind stellvertretend durch die drei farbigen Buchstaben a, c und d. Und eine kurze Erklärung zu dieser Klammer mit dem Exponenten n. Das heißt, diese Formel gilt für alle möglichen ganzrationale Funktionen. Also, nicht nur für x hoch 2, was wir gerade als Beispiel angeschaut haben, sondern auch für x hoch 3, x hoch 4, x hoch 5. Also, für alle diese Funktionen. Also, fangen wir doch mit den einfachsten Sachen an. Damit meine ich natürlich das d hinten. Wenn wir zu einem Funktionsterm eine Zahl dazu addieren oder abziehen, verschieben wir natürlich die Funktion in y-Richtung, um genauso viele Einheiten. Das heißt, so wie wir es am Anfang hatten, wenn d zum Beispiel plus 1 ist, dann verschieben wir um eine Einheit nach oben, wenn minus 1 wäre, dann um Einheit nach unten auf der y-Achse. Die nächste Eigenschaft wäre dieses c. Das war dann die Verschiebung in x-Richtung oder auf die x-Achse. Und hier gab es ein kleines Problemchen mit dem Minuszeichen, was davor steht. Also, ihr seht hier, die Formel beinhaltet schon standardmäßig dieses Minuszeichen. Das bedeutet, wenn vor dem c Minuszeichen steht, dass c eine positive Zahl ist. Und dadurch verschiebt man dann normalerweise in die positive Richtung, also nach rechts. Wenn jetzt c eine negative Zahl wäre, dann hätten wir hier diesen Fall mit Minusminus, was wiederum Plus ergibt. Deshalb wäre dann die Funktion in die negative Richtung, also nach links, verschoben. Okay, das ist die Erklärung, wieso immer die Vorzeichen so anscheinend umgedreht sind. Vereinfacht könnt ihr euch dann einfach merken, wenn vor dieser Zahl ein Minuszeichen steht, dann habt ihr immer eine Verschiebung nach rechts. Und wenn vor dieser Zahl ein positives Vorzeichen steht, dann habt ihr immer eine Verschiebung nach links. Übrigens, das ist eine Eigenschaft, die für alle möglichen Funktionstypen gilt. Und jetzt haben wir nur noch dieses a vorne. Zur Erinnerung, das haben wir schon vorher gesagt bei dem Schaubilder. Das ist die Streckung in y-Richtung mit dem Faktor, und jetzt kommt es, Betrag von a. Bitte nicht erschrecken wegen dieser Betragsstriche. Sie haben eine sehr einfache Funktion hier an dieser Stelle. Also, diese Zahl, die vor der Funktion steht, dieses a stellvertretend, kann ja eine positive oder eine negative Zahl sein, zum Beispiel eine 2, aber auch eine Minus 2. Allerdings ist der Streckungsfaktor per Definition immer eine positive Zahl. Und das tun diese Betragsstriche hier gewährleisten. Also, für den Fall, dass die Zahl vor der Funktion negativ ist, müsst ihr nur den positiven Wert hinschreiben. Also, wenn hier oben ein Minus 2 wäre, dann würdet ihr sagen, der Streckungsfaktor ist 2. Also, das ist die Bedeutung dieser Betragsstriche. Und wie wir bereits auch schon herausgefunden haben, ein Minuszeichen vor der ganzen Funktion bedeutet eine Spiegelung an der x-Achse. Deshalb habe ich das hier unten auch noch festgehalten. Wenn a kleiner 0 ist, oder anders gesagt negativ ist, dann ist die Funktion an der x-Achse gespiegelt. Und eigentlich sind wir jetzt durch mit diesem Schema. Wie bereits gesagt, die Streckung in x-Richtung wird hier nicht erwähnt und auch nicht die Spiegelung an der y-Achse. Allerdings habe ich mir gedacht, es ist nicht verkehrt, wenn wir uns noch zwei typische, ganz kurze Aufgabenstellungen zu dieser Eigenschaften anschauen. Hier wäre die erste Beispielaufgabe. Ich überfliege kurz die Aufgabenstellung. Wie erhält man aus den Graphen der Funktion f mit f von x ist gleich x auf 4, den Graphen von g? Und es sind natürlich zwei Teilaufgaben. Also einmal kann die Funktion g wie links aussehen und einmal wie rechts. Wir betrachten jetzt natürlich zuerst nur die linke Funktion. Wenn man sich dieser Aufgabenstellung ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, dann sollte man erkennen, dass man die Funktion auf der linken Seite, also dieser g von x, mit der ursprünglichen Funktion x auf 4 eigentlich vergleichen muss. Und alle Veränderungen, die man erkennt, muss man dann benennen bzw. erklären. Also die Veränderungen, von denen wir reden, sind diese zwei hier. Also einmal steht eine 2 vor der x auf 4 Funktion und am Ende kommt noch eine minus 4 dazu. Und das sind die Eigenschaften, die wir gerade zusammengefasst haben oder angeschaut haben. Zur Erinnerung, die 2 vorne war die Streckung in y-Richtung mit Faktor 2 und die 4 hinten war die Verschiebung in y-Richtung um 4 Einheiten nach unten. Wenn ihr jetzt die Funktion auf der rechten Seite anschaut, solltet ihr drei Veränderungen bemerken. Ich tue sie jetzt nochmal farbig darstellen. Also das Minuszeichen vor der Funktion, dann die plus 2 in der Klammer und die 1 hinten. So, genau in dieser Reihenfolge würde das bedeuten, dass die Funktion erstmal an der x-Achse gespiegelt wird. Dann um zwei Einheiten auf der x-Achse nach links verschoben ist und am Ende die plus 1 natürlich um eine Einheit in y-Richtung nach oben verschoben wird. Und noch einen wichtigen Hinweis an dieser Stelle. Es ist vielleicht euch schon aufgefallen, dass ich diese Veränderungen oder Eigenschaften immer von links nach rechts lese. Das hat einen Grund. Manchmal, wenn man das nicht so tut, kann das zu Fehlern führen. Den Grund dafür finden wir jetzt oder sehen wir jetzt bei der zweiten und letzten Beispielaufgabe. Ich überfliege jetzt kurz die Aufgabenstellung. Gegeben ist die Funktion f mit f von x ist gleich x hoch 3. Sie wird mit dem Faktor 3 in y-Richtung gestreckt und um zwei Einheiten nach oben verschoben. Gibt den neuen Funktionstem g von x an. Also jetzt müssen wir diese Anfangsfunktion x hoch 3 selbst verändern anhand der Angaben in der Aufgabenstellung. Das können wir auch machen. Also ich schreibe hier an der Seite einfach mal g von x. Ist gleich. Also hier ist unsere x hoch 3 Funktion. Und in erster Reihe müssen wir sie mit dem Faktor 3 in y-Richtung strecken. Na ja gut, dann setzen wir einfach eine 3 hier davor. Und am Ende noch um zwei Einheiten nach oben verschieben. Deshalb hinter der Funktion zum Beispiel kommt dann einfach eine plus 2. Und das wäre dann die neue Funktion. Jetzt kommt noch eine weitere Fragestellung. Und zwar verändert sich der Funktionstemp von g von x, wenn f von x zuerst um zwei Einheiten nach oben verschoben wird und dann mit Faktor 3 in y-Richtung gestreckt. Also diesmal sollten wir die Reihenfolge dieser Veränderung einfach vertauschen. Dann schauen wir uns mal an, was dann passiert. Also wir haben wieder diese Funktion g von x. Mal sehen, ob sie g von x bleibt. Also in erster Reihe sollen wir die Funktion um zwei Einheiten nach oben verschieben. Das bedeutet, ich schreibe dann einfach x hoch 3 plus 2. Und dann am Ende sollen wir das Ganze noch mit dem Faktor 3 strecken. Okay, diese 3, die jetzt nach vorne kommt, kommt nicht nur vor dem x hoch 3, sondern sie muss von den ganzen Funktionstemp kommen, das wie hier bis jetzt vorhanden ist. Also der ganze Funktionstemp muss eine Klammer gesetzt werden. Und wenn wir jetzt diese Klammer auflösen würden, dann haben wir 3x hoch 3 und 3 mal 2 sind 6. Also, wenn ihr diese Funktion jetzt mit unserer Funktion bei der ersten Frage vergleicht, dann seht ihr, die sind nicht identisch. Die Schlussfolgerung ist, dass die Reihenfolge, indem man diese Veränderung vornimmt an dem Funktionsterm, manchmal doch eine Rolle spielt. Und wieso ich an dieser Stelle manchmal und nicht immer sage, hat es auch einen Grund. Also, wenn es nur Veränderungen im Bereich der Verschiebung gibt, auf der x- bzw. y-Achse, dann spielt keine Rolle, in welcher Reihenfolge das passiert. Sobald aber die Streckung mit dabei ist, dann spielt es eine Rolle. Zum Schluss noch ein paar Hinweise, die hilfreich sein könnten. Zum Beispiel diese Eigenschaften lernt man nicht nur bei ganznationale Funktionen, sondern auch bei trigonometrischer Funktionen. Damit meine ich natürlich Sinus- und Kosinusfunktionen. Dann bei der natürlichen Exponentialfunktion spielen sie auch eine Rolle, also bei der E-Funktion, sowie bei der Logarithmusfunktion. Wenn Bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn Euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.